weiter geht's soll ich am level abbekommen oh ja jetzt werde ich gleich mal spenden ja toll das nächste teil dass es kaputt geht was haben wir hier mehrere pfeile abzuschießen schwerer schuss aha was haben wir hier eigentlich noch helden modus naja gut das macht man diesmal ein waldläufer weiß wie man sich unsichtbar macht das kann ich mich unsichtbar machen das hätte ich schon viel früher machen sollen das nämlich extrem praktisch und ich kann noch ich kann jetzt leute instant wiederbeleben mit der richtiger war das ist nützlich und die kann man noch irgendwas und da gibt es nur zwei sachen zum täglicher zwei register wo man was machen kann wenn man level abbekommen hat ja ich glaube schon halt punkte und fähigkeit warte hier hat was zum plündern ok plünderi du plünderi da trank spinnen hat's hier wieder on mass warte mal kommen wir hier nicht her ich kann ja wir kommen ich kann ja wir kommen wir kommen von hier oh man ja düsterwald ist schon ziemlich ich muss dem hier entkommen und mich erholen ziemlich doof so Orks mit Bögen So der ist tot Ich bin auch schon fast tot Weil ich zu viele Pfeiler bekommen habe Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen Wieso treffe ich denn die Köpfe der Orks nimmer? Dreimal besser drin Hat es noch mehr Bogen Orks? Schützen? Teile? Nope Okay Ups Was war hier? Ah, Blinder Sehr schön Da kommt man nicht hoch Springen kann man in dem Spiel nicht Braucht man ja nicht Na also Jetzt sind wir dann Radagast Haus, glaube ich Sieht zumindest so aus Oh ja, da kann man nicht nochmal drunter laufen Das sieht gar nicht so wie im Film aus Ja Dies muss Radagasts Haus sein Sieht ziemlich friedlich aus Was könnte der Hexenmeister gemeint haben, als er sagte, wir seien zu spät Vielleicht versucht er uns nur zu entbootigen Naja Wenigstens das kam im Film vor Irgendwie Ja, das Spiel kam ja vor dem Film raus Tja, hat das Spiel gut gemacht Ja, der spielt aber auch gar nicht die selbe Zeit, oder? Aus Ich weiß es nicht Keine Ahnung Das Spiel zur... Ja, nicht zur Hobbit Zeit Ja, ich meine Radagast könnte schon tot sein Was? Oh ja, stimmt Ich treff die blödspinne einfach nicht Lasst uns nach Belaram sehen Was? 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 Okay, die jetzt erwischt Da kommt noch so eine Riesen-Mutti Immer drauf, immer drauf Die hat kassiert Kassiert, kassiert Kommt da noch mehr Ja Wo siehst du da einen Zauberstab? Da können wir nicht hoch Tja Dann ist er halt tot So viele Spinnen, man Naja Oh, die hat kassiert Die kassiert gleich auch Oder auch nicht, weil ich tausendmal daneben schlag Meine Güte Zack Wie die gestorben ist Gib dir mal, wie die hier gestorben ist Äh, ich glaube, ich sehe es nicht so wie du Die sieht voll komisch aus Mit einem Pfeil dazwischen Achso Irgendwo konnte ich gerade was einsammeln Achso, ja, okay Toll, jetzt haben wir immer noch Warte mal, warte mal Warte mal, gucke weiter Oh, ups Okay Wir konnten uns nicht mal ausruhen Das hört sich nicht gut an Ähm Also langsam sollte man so ein Teleportding kommen, würde ich sagen Oh, Elb ist gut Wir müssen ihn vor den Orcs Also ich glaube, dass Radagast ein Elb ist Radagast, what? Oh nein Oh, 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 oh Was machen die da? Also wenn sie abhauen Nee Okay Wir haben Lust drum kurz Das muss warten Was schreist du da eigentlich immer? Ich habe keine Ahnung Aber du schreist es laut Boah, kann der Typ da bitte mal sterben? Na also, geht doch Hat mich nur 10 Pfeile gekostet Gegenstände klündern So, kommt man da irgendwie hoch? Nee, nee, du kannst nirgends so hoch Oh, oh Orcs Immer schön in den Rücken reinstechen Tut mir nicht gut weh Ey Komme Er hat's auch verwischt Wow, der rennt mich halt übelst über den Haufen Wow, ich habe drei Münzen gefunden Koop töten So, Gruppe versammeln Wow, da liegt sein Kopf, der rollt Der rollt Okay, 11 Münzen Okay, 11 Münzen Bing So, Gruppe versammeln Checkpoint Schwing In Teleportpunkt Oh, Hammertyp Ach nee Doch, leider Wow, sie sind aber echt fliege Wow Wow Aber ich lieg am Boden Nicht gut Eigentlich weiß ich, dass ich einen Hammertyp schnappt Also wie sie halt immer über den Haufen rennen müssen Ja Ja Ja, danke Da kommen ja wirklich noch immer mehr Ja, ja Unglaublich Oh Mann Ich lieg hier hinten echt weit weg von euch Äh, ist nicht gut Ja, hier hinten Ganz weit hinten Toll, ja Weißt du, die rennen auf mich zu Und töten mich nur, damit sie mich anrennen Das geht Ja, genau sowas machen die die ganze Zeit Komm schon, stirb, 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 stirb Ich kann jetzt bitte sterben Du auch noch Sehr schön Ähm Okay So, da hinten gibt's Dinge zum Einsammeln für mich Oh Okay Gut Wo geht's jetzt lang? Links oder rechts? Hier gibt's einen Plünderteil Vielleicht finden wir mal wieder eine Truhe Oder du kannst irgendwas einschlagen Ja, in dem Wald glaub ich nicht Ja Mich tät mal wirklich interessieren Hier gibt's noch einen Plünderteil Was jetzt der richtige Weg ist? Links oder rechts? Ah, warte, ich hab hier Fußspuren gefunden Oh, da ist ein Ork Nee Schauen wir noch die andere Richtung Vielleicht findet man da noch was Ich will jetzt nicht kämpfen Oh, hier hat's auch noch so'n Typen Ich glaube, es macht keinen Unterschied, wo wir lang gehen Okay Weil hier hat's überall Gegner Ja 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 Würde ich ja gerne Ich kann das noch nicht tun Oh, dieser Hammertyp Den müssen wir uns holen Ja Hammer, 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 Hammer Stirb, stirb Au Okay Der sieht ganz okay aus Okay Sehr schön Der ist tot Ich hab doch keinen einzigen Markt gesehen Ja, seit dem einen dort nicht mehr So, geht's hier jetzt weiter Das war auf der anderen Seite Weil da ging's ja auch nochmal weiter, oder? Keine Ahnung Dann nicht Äh, was sind das für Leuchtspinnen? Und die vorhands ab Ja, was die mal machen Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen Kann man die Spinne vielleicht irgendwie dazu überreden, abzuleben? Ist schon gemacht Ich brauche Hilfe Sehr schönes Koop-Töten Okay Wunderschön Okay, sei nur random Ein bisschen vielleicht, aber Ach, kann man noch mehr spinnen Ja, die machen wir jetzt noch fertig Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen Wenn ich halt fast keine XP für den ganzen Mist hier bekomme Noch nicht bereit Ich bin schwer verletzt Ich brauche Heilung Oh, ich falle auch Ich bin auch fast tot Wo ist die, wo ist die? Da Geh auf, wir brauchen dich noch Danke, mein Freund Ja, jetzt bin ich weg Ich bin ganz da hinten Wo die ganzen Spinnen laufen Gott hat dich Dankeschön Ich bin dem Tode nahe Ich bin der Tode nahe Ich bin der Tode nahe Wie low ich halt schon wieder bin Mann Ja, schlag mich Süß Ich krieg nicht mal XP dafür, dass ihr auf die Spinne einschießt Ich glaub, du kriegst wirklich nur Erfahrung fürs Töten Meins Glaub schon Das ist extrem nervig Ich glaub, da kommen wir her, oder? Äh, ich weiß es nicht Ich glaube schon Ja Na super Wieso hält die schon wieder Im Level, die ist gerade eben Ist aufgestiegen Nein, guck Brennen wir schneller Hier war ich nicht schnell Ich roll, lass mal auf Ich die halt einfach Ich häng ja auch an nem Stein Also Ja, ja, ja So, die Spinne machen wir jetzt noch Und dann sind wir fertig Leute Ich habe nichts mehr Alter, wie wir halt ausrasten So Jetzt lernst du die Macht der Eldar kennen Komm schon Sasserrausch Spinnen Okay Alles klar, da hinten hat's nichts mehr Ich glaube Ja, alles klar Oder? Ja Oh nein, da sind wir welche Zu früh gefreut Jetzt lernst ihr eine Zunerlange Fett Ich glaube, das ist nämlich heiß gelaufen Oder? Ich bin mir nicht sicher Der Wüster halt Ist halt Immer so ne Sache Was soll denn das? Ich habe keine Ahnung Die will wohl er da Und wieder auch Ich darf nicht vergessen Dem weitgereisten Dunadan zu danken Der dies hinterlassen hat Und rank Ach, was ist denn da noch? So Hat's jetzt hier noch irgendwas von wert? Ha Oder nicht Wenn nicht Würde ich nämlich sagen Dass wir jetzt hier eine Pause einlegen Wenn ich habe Hunger Da gibt's heute Pommes mit Salat Oh yes Diese Netze sind als Verteidigung gebaut Wir nähern uns dem Bau der Spinne Aber nicht mehr in dieser Folge Gut, dann Trotz all unserer Tode Danke ich euch vielmals fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr hattet Spaß Und wir sehen uns dann Hoffentlich das nächste Mal wieder Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Und macht's gut Und wir sehen uns dann